Yo Leute was geht auf der Zukunft zu in einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zur sechsten Folge der dritten Staffel von Cleverroth Ich würde sagen, wir labern nicht lange, wir starten direkt rein nach dem Intro So, da sind wir auch schon nach dem Intro angekommen Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz entspannt an, ohne viel zu labern und schreiben jetzt einfach mal einen Tag und gucken, ihr antwortet und er antwortet mit, wie geht es ihm mit drei Fragezeichen ein Fragezeichen hätte komplett gereicht, lieber Cleverroth aber so weit, weit, so gut und dir ganz gut Freund 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 Was machst du heute? Nichts Nichts Bisschen aufgehen Das war's Ja und, stark Neues Ähm Wir fangen mal jetzt ganz gespannt an Welche Farbe hat äh hat äh äh Ja, was kann man denn mal fragen was für die Farbe was hier hat äh keine Ahnung ne Weiß noch welche Farbe hat meine Hose keine Ahnung okay Was würdest du mit mir machen? Okay Was würdest du mit mir machen? Gar nichts Ich bin ey deutsch bruder ja ich dich nicht ne ne ich dich ne 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 ich hab der folgenden Titel passt ganz gut mit ich weh nicht mehr ne ja, nein ich schreibe da jetzt einfach ganz stumpf drauf, nenn mich nicht so ich nicht so ah mein Gott äh äh nein, weißt du, ich bin Günther Ich stelle mir Frage, ist die Erde rund? Rumpf was ist rnf bruder bitte nein, flach ja, okay okay sag mir was ich machen ja darum schreibe ich jetzt einfach nenn mich nicht nenn mich 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 Wir dic n jetzt nicht mehr na, ist das stimmt ah, war mir vorher nicht also hm also ich hab wie kannst du am Schluss ich hasse dich ier weil ich es kann sohn der Klaus hat man kommt auf die Ehringung der was darfst aber wusste ich was jetzt kommt bestimmt wieder irgendwas, was für die Ehren nennt. Traurig. Warum? Wie geht's? Oh, perfekt. Na, jetzt wieder eingeschreibt. Was jetzt tun? Kein Ahnung. Was du jetzt tust, ich schreibe hier weiter und nehme weiter auf, also nerv mich nicht. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf den Klammern. Ich bin auch ehrlich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob nach der dritten Staffel noch eine vierte Staffel kommen wird. Ich schätze mal, die dritte Staffel ist sogar die letzte Staffel. Ähm, außer ich find vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine andere, äh, so ne, ich sag jetzt mal so ne Chat-Plattform-Ding. Sowas wie ein Clever-Bot halt. Äh, mit dem man so schreiben kann. Äh, wenn ihr da irgendwelche Sachen kennt, solche Bots kennt, dann äh, schreibt die mir sehr gerne mal in die Kommentare. Dann schau ich mir die mal an. Dann machen wir damit jeweils auch noch mal ein paar Videos. Ja. Finde ich mir sehr gerne mal reinschreiben. Schade. Ja. Finde ich auch. Schade. Schade. Hab ich, dass ich zu drei Minuten oder so geschrieben nicht weiß? Aber da rein? 17 immer noch. Herr, ist ein neuer Konversation, weiß er gar nicht. Ehe auch schon für dich. Schönwürdig. Na danke, neuer Bild. Na. Ich will nicht stimmen. da kann ich doch nicht dann das ist so richtig die dümmste antwort die du geben kannst die mädchen die man sagt zu dir sind ich will nicht sterben du stirbt und du sagst also dann stirbt nicht oder genauso dumm ist es bis beim arzt und sagt so zum arzt so ja ich liegt im sterben der arzt aber sogar ein stumpf wäre steht so auf also oh 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 Nein, ich bin kein Computer, ja, schon gar kein Alter. Mein PC ist drei Jahre alt, keine Ahnung, die Grafikkarte in dem Ding ist, glaube ich, jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre alt, also seit dem Eingebau, seit dem Einbau, ne, die Grafikkarte kam ungefähr 2014 raus, also, keine Ahnung, fragt mich nicht, GT 710 kann auch noch nicht rauskommen, ich glaube, egal, aber ich nix, Dörf, nein, 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 das ist nicht gut, wenn du sowas hin, nein, 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 das glaube ich, Alter, bitte, ich bin kein Böder, Böder, ich bin ein Mensch, ja, Mensch, ohne Essen, ich bin ein Computer, ja, das ist mir bewusst, Ist mir bewusst, welche Haarfarbe habe ich, keine, weil du ein PC bist, ey, ich schreibe jetzt einfach mal blond, welche Augenwärme, blond, ich habe jetzt einfach irgendwas von mir geschrieben, habe ich Augenbrauen, Ich wollte gerade sagen, jeder Mensch hat Augenbrauen, aber es gibt auch Leute, die sich die abrasieren, also, ja, richtig, wow, ich bin schlau, So, ich kenne die Haarfarbe, die Augenfarbe, und ich weiß, dass es ein PC Augenbrauen hat, So, ein Brot an mich, Ich bin schlau, Wie hoch ist dein IQ? Pff, keine Ahnung, Anscheinend nicht so hoch, Weg dich, der ja, Scheiß, Klappabot, Salber, Lern schreiben, Ich kann schreiben, aber merke ich, Danke, Ja, bitte, Ach, der ja, komm, Da hört es auch einfach schon hier auf, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es ja gerne hin, Leute, wenn es euch gefallen hat, das ist ja gerne hin, Ego, dein Habbruder, Und, Jo, Hau da rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, Tschüssi. 좋아하는 auch ein auch und wir auch Vielen Dank.